Das hätte funktionieren sollen. Ich konnte dir nicht helfen, Kumpel. Tut mir leid, dass ich nicht schlau genug war. Wow, Chaos! Sonic, hilf mir! Nein, das ist... Das könnte uns sogar helfen! Schließlich passiert nichts ohne Grund, richtig? Wir müssen die Welt retten. Vielleicht bist du deswegen hier, um uns dabei zu helfen. Wie auch immer, ich bin froh, dich zu sehen, egal welcher Sonic du bist. Ach ja. Aber lass es bitte nicht mal das Sonic aus Sonic Underground sein. Bitte nicht. Das Radar zeigt Dr. Eggman vor uns. Hier könnten Feinde lauern. Also, passt auf! Ich fürchte, Dr. Eggman führt noch was im Schilde. Das ist gut. 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 Das ist furchtbar. Sie haben hier alles zerstört. Wir müssen doch da etwas aufhalten und wir den Krieg schnell beenden. Das ist ein Verbrauch. Das ist ein Verbrauch. Das ist ein Verbrauch. Was hab ich noch? Sei vorsichtig, Sonic. Ich sehe hier noch andere Signale, außer Dr. Eggman. Eins ist stärker als die anderen. Was könnte das sein? Ha, cool. Ah, ein Anschluss. Ein Outfit haben wir jetzt freigeschaltet. Sehr gut. Vor einigen Monaten in der Stadt. Es gibt keinen Grund zum Widerstand. Euer Retter ist nicht mehr. Ich kann deine Angst schmecken. So viel Furcht und Zweifel. Einfach köstlich. Lass deine Angst freien Lauf. Fliehe, schreie. Dann lass ich dich leben. Ja. Wenn das mal bereuen würde. Knuckles, kannst du mich hören? Rouge! Das wurde Zeit. Wie geht es Sonic? Nicht besonders gut. Sie haben vor, ihn ins Weltall zu verbannen. Was? Das kann nicht dein Ernst sein. Dr. Eggman hat Sonic bis jetzt am Leben gehalten. Damit er ihm vor der Verbannung sein erfolgreiches Imperium zeigen kann. Und die Folter war nur Zeit vertreiben. Das ist... Dr. Eggman hat von unserem Rettungsplan gehört. Und seiner eigenen uns bleibt nicht viel Zeit. Wir wissen nicht einmal, wo genau er ist. Doch, tun wir. Dr. Eggman hat ein neues Death Egg gebaut. Dort hält er Sonic gefangen. Das Death Egg? Oh je. Das ist... Nichts ist jetzt gut, Vector. Darum heißt es Krieg. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Lasst uns Sonic holen. Ja. Wir sind's, wenn ihr wieder frei gescheitert. Ach ja. So.